Jo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal bezüglich von FIFA 16, um genau zu sein in der Trainerkarriere und ja, da könnt ihr jetzt bestimmen, welchen Verein wir in FIFA 16 in der Trainerkarriere, Karrieremodus spielen oder zumindest mal anfangen. Da habt ihr zur Auswahl, A ist Monaco, der 1. FC Köln, Manchester United und Aztin Mailand. Wie gesagt, jetzt liegt es an euch, ihr könnt bestimmen und ja, in den Kommentaren könnt ihr dann auch noch abstimmen, denn da habe ich halt die vier Kommentare, A ist Monaco, Köln, Manchester United und Aztin Mailand, da rein gepackt. Und da müsst ihr einfach nur dieses Kommentar liken und das Kommentar mit den meisten Likes wird dann unser Team sein für FIFA 16 Karrieremodus. Und ja, das war es auch von diesem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao.